Skandal im Renault-Lager. Planeten Unfall von Nelson Piquet Junior mit anschliessendem Sieg von Fernando Alonso in Singapur. Und jetzt der Rücktritt von Renault-Teamchef Flavio Briatore. Schlagzeilen hin oder her. Der Spanier Fernando Alonso hat neben seinem doppelten Weltmeistertitel auch noch ein anderes Talent vorzuweisen. Was es genau ist, seht ihr selber. Er mag es schnell, sehr schnell. So schnell, dass er gleich zweimal den Weltmeistertitel in der Formel 1 holte. Erst vor kurzem hat das ING Renault F1-Team in Monza vier wichtige WM-Punkte ergattert. Fernando Alonso schafft es beim großen Preis von Italien auf Rang 5. Doch nicht nur auf der Rennstrecke fühlt sich der 28-Jährige wohl, sondern auch am heimischen Herd. Ganz praktisch dachte sich da der spanische Konzern Cosentino, Marktführer von Quarz-Oberflächen und Natursteinprodukten. So wurden sie Alonzos persönlicher Sponsor. Kurz vor seinem Rennen in Monza hat er einen Boxen-Stop in Mailand gemacht, um ein neues Modell von Cosentino vorzustellen. Genauer gesagt auf der 15. Etage der legendären Terrazza Martini. Hier oben haben bereits Berühmtheiten wie Sofia Loren, Marcello Mastroianni oder Anita Eckberg ausgelassen gefeiert. Welche Skills er vom Motorsport in der Küche verwenden kann, das verrät er uns. Ich denke, ich muss professionell sein. Denn in der Küche musst du professionell sein, seriös sein. Und du musst Dinge mit etwas Liebe vorbereiten. Es ist wie ein Fahrrad fahren. Du musst etwas präzise Dinge machen. Und ich denke, ein guter Kürzer muss auch präzise sein und Dinge mit Liebe machen. Sein Lieblingsgericht ist Paella, entweder mit Fisch, Huhn oder Rindfleisch. Da seine Frau Raquel, die Sängerin der Band El Sueño de Morfeo, nicht gerne in der Küche ist, muss er halt den Kochlöffel schwingen. Dafür ist sie dann brav auf. Ja, sie kürzt manchmal, aber normalerweise ich kürze jeden Tag. Sie magst du was ich kürze, also es ist kein Kampf. Aber manchmal bin ich tired und ich nicht möchte, und sie kürze. Sie kürze etwas. Sie ist ein bisschen schade, wenn sie kürze, aber ich bin glücklich, wenn ich kürze. Ich mag es kürze, also es ist kein Problem für mich. Fernando Alonso ist auch brav in der Küche. Kannst du dir sagen, was man kürze? Ein bisschen. Pasta, Fleisch, Fleisch, Paella. Alles? Paella. Wahnsinn. Er kürzte alles. Pasta, Pizza? Nein, Pizza. Nein. Nein, Pizza? Nein, Pizza. Ich kürze sie auf der Gelata. Ja. So war es dann an der Zeit, den berühmten TV-Koch Simon Rucciatti, die italienische Version Jamie Olivers, zur Hilfe zu holen für Pizza frisch auf den Tisch. Schafft er es? Schürze an und los geht's. Teig ausstechen, Tomatenmark bestreichen, Käse drüber und Basilikum und fertig ist das beliebte Nationalgericht. Das Mailänder Back Qualifying hat er also mit Bravour bestanden. Das neue Produkt, das in Mailand vorgestellt wurde, ist mit Hilfe eines neuen Konzepts entwickelt worden. Zurzeit haben wir das neue Blanco Zeus Stream. Das ist eine noch helleres Quartzoberfläche, wo wir letzte Woche in der Baum modernisierenden Schweiz präsentiert haben, mit sehr viel Erfolg. Und was auch noch ganz neu ist, ist die Becken aus einem Stück. Das haben wir bis jetzt nicht gehabt in Cosentino. Und jetzt lancieren wir das in den nächsten zwei, drei Monaten, damit wir einfach nächstes Jahr bereit sind für die Schweizer Mark. Die Trendfarbe hat den Namen Blanco Zeus Extreme. Weiß ist eine Farbe, die immer Trend ist. Also vor allem, wir haben so ein altweiß gehabt. Und jetzt ist es so, dass die Mitbewerber zum Teil auch weiße Farben auf den Markt gebracht haben. Und deshalb möchten wir das auch mitmachen. Um das Produkt an den Mann, beziehungsweise die Frau zu bringen, reist der 27-jährige Sales Director Eduardo Cosentino nonstop durch die Welt. Und ab und zu brutzelt er auch mal selber. Die erste Gemeinsamkeit mit dem schnellen Spanier, eine weitere folgt. Ja, wir denken, dass sie die Nummer 1 in der Fórmula 1 sind. Und die Fórmula 1 ist ein Sport, das ist sehr technologisch. Man braucht eine sehr hohe Technologie. Wir sind die Nummer 1 in den Quart surfaces. Und für eine neue Produkte, eine neue Farbe oder eine neue Systeme, man braucht eine hohe Technologie zu adaptieren. Wir sind auch Spanier und wir denken, dass wir ein vieles Thema in der Zusammenarbeit. Er ist ein sehr natürlicher Mensch. Er ist mit dem Produkt befreundet, so zu sagen. Und ich liebe, also ich mache beim Alonso seine Spontanität. Er überlegt die Sachen nicht beim Reden oder so. Es kommt alles spontan und das mache ich für ihn sehr. Derweil arbeitet die Firma an 25 neuen Produkten und plant in den nächsten Jahren fünf neue Fabriken zu eröffnen. Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche, dass Fernando zum Ferrari-Team wechselt. Ob an dem Geräte etwas war, hört selbst. Ein Traumjob wäre es auf jeden Fall. Mit einem Wechsel zu Ferrari wäre doch ein dritter Weltmeistertitel so gut wie sicher. Oder doch nicht? Ob dieses breite Grinsen uns etwas verheimlicht? Auf jeden Fall Toi Toi Toi!